Unser liebe Fredi hat nicht nur gesammelt und ein Museum aufgebaut, er hatte auch eine Frau und die hatten mal Kinder zusammen. Und die haben jetzt wieder Kinder. Und jetzt haben wir Liano hier. Und Liano ist ein Enkel von Fredi. Also ihr seht, die Geschichte geht weiter. Und Liano hat eine wunderschöne Wilhelm Holm. Orgel aus den 60er Jahren. Und will er den Grosspapi auch vermisst, spielt er für uns. Du, du liegst mir am Herz. Du darfst. Schön, dass du gekommen bist. Danke. Kommst du wieder das nächste Jahr? Das machen wir dann. Gut. Au resehen. Asseignei hat. Schmerz. Bravo, bravo. So weitermachen so. Ist gut? Super, das hast du richtig gut gemacht. Und... Warte jetzt. Schau jetzt. Deine erste Urkunde, dass du an diesem Festival teilgenommen hast. Und wenn ich dann ein paar Falten bekomme und nicht mehr so hübsch und jung bin, kannst du dann weitermachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.